Musik Bei meinem Gartenkanal bei Janus Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei und schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und hier haben wir die rote Schneerose. Die treibt da schön aus. Da überall, da, 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 überall. Ja, schaut ganz gut aus. So schaut die Blüte aus. Rot. Und da haben wir meine Nordmann-Banne. Die wachst auch ganz gut. Schaut ganz gut aus. Da ist der Ähm Umkraut. Und da haben wir die weiße Schneerose. Und da haben wir die Sommerblumen und die Sommerblumen und der Boric ist ausgekeimt. Und die Kaki-Baum hat ihre Blätter verloren. Und den Mandelbaum hat ihre Blätter verloren. Ja. So, da haben wir die Himbeere. Die Himbeere verliert auch ihre Blätter jetzt. Und da haben wir die Stiefmittelschen. Und der Avocadokern ist da drinnen. Ich weiß nicht, dass das wird. Schauen wir mal nächstes Jahr. Lass mal Schnee raufkommen. Jetzt habe ich Kartoffeln geerntet. So, Mini-Kartoffeln, Baby. Die, schauen wir mal, ich die wieder einsetze nächstes Jahr. Schaut dann sicher cool aus. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal. Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut's Kanal-Info, schaut's bei i vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken und abonnieren. Bis zum nächstes Video. Schaut's auf meine Homepage vorbei. Und schaut's bei meinen Merch-Shop vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gesetze aus. Outro